Ja, und da sind wir auch schon direkt wieder bei Let's Play Digimon Masters Online. Ja, 5 Level noch bis Level 41. Äh, wir finden keine Mops gerade, voll kacke. Ähm, 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 Party 2, 4, 36, plus, plus. Ja. Party Digs Level 42 in White Me. Ähm, nö, 42 ist mir schon ein bisschen zu hoch. Sind 6 Level, aber... Guck dir diese 1% an. Weißt du, das steht genau vor, der nur trifft ihm nicht, weißt du? Also, guck dir das an, ist halt schön anzusehen, ne? Oder? Cool, oder? Mein Gott, ey. Warum ist hin wieder nicht so eine fette Wiese, ey? Da ist eins. Und bam. Also, keiner meldet sich hier auf meinen Partyruf, Aufruf, whatever. Jetzt kommt's wieder, wir treffen nicht. Boah. Das fackt mich derbe ab, ey. Derbe, Leute, derbe. Ja, und ich hoffe, die Musik ist so, wie die euch, wie ich die mal abspiele, so... Gefällt ihr euch? Ich kann auch den In-Game-Sound anmachen, wenn ihr wollt. Dann lasse ich die Musik einfach aus. Können wir ja mal ein paar Folgen mit In-Game-Sound zocken. Ich finde den jetzt nicht so gut, aber... Für euch mache ich das, dann... Das ist ja... N-P-N-P, ne? Na, hier haben wir wieder was. Hier haben wir wieder Ware. Also, ich möchte... Skill Level up. Auch los up. Aha, Mainz. Nein, nein Fuck Habe ich das jetzt noch bekommen? Egal, auf die Münze scheiße ich jetzt gerade Vielleicht kriege ich sie ja noch, diese Münze Nein War doch klar, aber ich bekomme ein Dex Ein Dex, du Rougamon 172 B geben die Ist auch schon eine ordentliche Menge CR0, okay Party, 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 okay Gehen wir mal CR0 Mal gucken, was da und so erwartet Epic Und ich sieht aus wie eine Echse Nein, aber es leckt wie Sau Und ich weiß jetzt gerade nicht, wieso Was ist denn jetzt hier los? Alter WTF Nochmal switchen Boah Alter Verwalter So, jetzt nochmal Alter Alter What the fuck WTF Alter Alter Sind das viele Ey, mein Inventar hat sich aufgehangen Echt schwul Das finde ich jetzt nicht gut Was ist das für ein Scheiß Wieso sind da so viele Nochmal Ich komme rein, sofort Mega lag Ey Moving Fraps Moving Fraps Wo ist der Wo ist der Jetzt hin All 3 Na ich bleib hier Kann er sich jetzt mal entscheiden Alter Also echt mal Also echt mal Ich kann mein Bild noch nicht mal drehen Ich laufe jetzt mal hier raus What the Ich kann nicht mal schreiben Alter Da ist bestimmt irgendein Fehler Ey, warum Weil da so viele sind Richtig kacke So viele habe ich noch nie auf dem Einhaufen da gesehen Das ist bestimmt ein Fehler oder so Aber naja Und das gehört mit zum neuen Event Keine Ahnung Aber auf jeden Fall ist das nicht normal Das war nicht normal Nicht normal Oh mein Gott, wie ich gehe Das war echt lullig Ich habe eine Facebook Nachricht bekommen Die werde ich jetzt lesen auf meinem Handy Facebook Und ich habe ein Hi gekriegt Hi Zurück YOLO Und everybody I kill you Where are you Dexteru Greymon Come and I kill you 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 Ich wette mit dir euch Wenn Fraps aus ist Kann ich locker in Channel 0 gehen Na ja Ich probiere es gleich mal aus Wenn der Part zu Ende ist Ob es geht Da bin ich echt mal gespannt F2 So Mal etwas lücken So In Ordnung In Ordnung In einer Minute läuft mein Dings ab Mein XP Booster Das ist aber Leomon Was mich übelst am aufregen Ist Ich schwöre Geh es mir voll auf den Piss Yeah Oh da geht es wieder los Hier Hier Facebook Und Whatsapp jetzt auch Meine Güte Ja Morgen habe ich um 12 Das ist ja so fucking awesome An meinem Stundenplan Wo war ich denn jetzt stehen geblieben Da Mein Gott Ich brauch Themen Ich google nächste Mal Themen Worüber ich reden kann Hier so zum Beispiel Über 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 Schienen Chinesisch Oder Über Reis Klöse Oder whatever man Ich weiß nicht Ich weiß einfach nicht Wobre ich labern soll Ey der Spaß Die greift mich schon wieder an Scheiß aber Leomon Fuck man Du Kaka Fie Kein Mob hier Level 37 weg Oh ja 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 Leute ich mach dann das Level kurz gleich off screen ne Es ist ja nicht viel, also von daher Oder nein, 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 nein Ich mache es extra für euch Extra für euch mache ich das noch extra Im nächsten Part, damit ihr auch wirklich Alle Level drauf habt Äh Wo bist du? Du, Greymon Was gibt es doch nicht da? Boah, bin ich so müde, ey Was heißt müde, so gähnhaft Naja Wir sind momentan eh keine Mops Und ich würde sagen, Leute Das war's für die Folge von Let's Play Digimon Masters Online Und wir sehen uns dann in der nächsten Folge wieder Haut rein Das ist ja nicht so müde, okay Das ist ja nicht so müde, aber Wir sehen uns dann Und dann Wir sehen uns dann